weiter geht's hier auch eben noch ein Typ abgewallert nach der kleinen Filmsequenz der war so nett und hat uns hier die Tür geöffnet nicht die Tür die da hinten, so war's ne ich bleib bei der Waffenkonfiguration komm wieder raus in die frische Luft schöner Hintergrund so, ah hier kommt auch noch ein bisschen was auf mich zu ein paar böse Gegner zu dem oh, ja genau das meint weg sind sie weg sind sie verkauf hier war immer zum krabbeln, immer zum klettern hier ich mich recht erinnere, wenn ich hier den Zeug da überspringe, dann ist da hinten glaube ich ein Schatz ach, was ist da? ein Lama, ein goldenes ein Königreich für ein goldenes Lama na komm her ach, bleib doch nicht, ich will hängen wo kann sie sein? ja 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 Nein. Jetzt bin ich vorweg. Das war bestimmt Drakes. Was hast du wohl gesucht, hm? Sieh an. Kommt mir bekannt vor. Oh. Sie haben nie abgelegt. Elena? Hey, da ist sie. Aufgepasst! Scheiße! Ja, wir haben ihn! Ich bin vielleicht kein so toller Schatzsucher wie du. Aber hier wirst du Eldorado nicht finden. Wie bist du denn da wieder reingeraten? Naja, eigentlich hatte ich vor, dich zu retten. Oh, wie süß von dir. Traditionelle Sandsteinquader und Putz. Kalkmörtel, hm. Hey, woher weißt du denn das alles so genau? Meine Serie. Sendung 4. Baumeister der neuen Welt. Ja. Ein Ruck und die Stangen sind raus. Was? Na halt, Moment. Bist du sicher? Los, aus dem Weg, Vorsor. Hey, Papa, mach die verdammte Tür auf. Lass es! Na, toll. Hey, Drake. Eddie Raja. Ich hätt's wissen müssen. Faszinierendes Dokument, was? Dieser Sir Francis war wohl in meiner Branche unterwegs. Red dir nichts ein, Eddie. Unfreundlich wie eh und je, hm? Ich sag dir was. Bring mich zum Gott, dann lass ich dich vielleicht am Leben. Ach ja? Das war's? Jetzt sterben oder dir helfen und dann sterben. Schwere Entscheidung, aber weißt du, ich nehm jetzt sterben. Hey, Kamu! Hör zu, du Made. Auf dieser verdammten Insel soll es einen Schatz geben. Und jetzt sterben meine Leute. Man kann nicht mal ohne Feuerschutz vom Pissen rausgehen. Und es kommt nichts dabei herum. Ich mach dir ein faires Angebot. Du hilfst mir, den Schatz zu finden. Und wer als letztes überlebt, kriegt das Gold. Und die Kleine, natürlich. Die Kleine? Ach, Eddie, die ist doch schon weg. Die ist längst runter von der Insel. Hilfe holen. Daiguching, du warst noch nie gut beim Pokern. Ich werd sie finden. Glaub mir, was kann eine Frau allein schon ausrechnen? Ja, sehr schön. Die ist nicht wissen. Hier kann man Maschinengewehr benutzen und so einen kleinen Kanad. Sehr schön. Der Kanad selber braucht natürlich ein paar Sekunden, um neu nachzuladen. Aber ihr habt keine Munition und Schnappheit oder so ein unendliches Mohn. Und da hau ich, also ich fand ich leider nur so stark. Und jetzt sieht man sich wieder toll aus, ja. Und der Grundmundo. Da passt. Oh, toll. Der Bambu sieht toll aus, wenn ich so. Das hört's komisch aus. Oh, nein, 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 nein. Oh, Mist. Ich sagte, Vorsicht, Klippe. Alles klar da hinten? Ja, ja. Vorsicht. Hinter uns. Ich bin der Bambu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh oh. das war's alles klar aber du blut ist das nur ein kratzer nichts wie weg hier verdammt krass wo soll's denn hingehen ja habt ihr wirklich gedacht ihr werdet nicht los nein nein die junge dame hat nur eine rundfahrt bei mir gebucht schnauze ihr arbeitet doch auch für die was ihr wolltet mich verarschen und alles für euch behalten stimmt's verdammt der typ spend eddie entspann dich kumpel ja ihr habt leider verloren und sitzt hier fest also her mit der karte festhalten na gut du hast mich das ist nur fair hey ganz ruhig entspann dich eddie ich hole nur die karte ganz wie du willst ich sagte festhalten mach ich dann gib sie her wie jetzt ich soll doch still halten dann wirst du sie dir wohl holen müssen dai ich kann los los belohnung vergeschaltet auf verdammt nochmal die geben wohl nie auf die denn oben was ist was ist was ist was ist Ah, jetzt ist es nicht. Ja. Nicht zum Scharf schützen, wir. Er wird auch. War ein Treffer. Oder? Ja. Das war einer. Sehr schön. Okay. Ja. Auch hier wieder ein schönes Ende für die Folge. Und bleibt einfach dran. Die nächste Folge kommt bestimmt. Und bis dahin alles Gute. Euer Nico. Tschöööö.